Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir die Frequenz Fireplace vorstellen, wie sie genau funktioniert und was du dort erleben kannst. Du kennst ja sicher, du hast einen harten Arbeitstag gehabt und du kommst nach Hause und du wünschst dir manchmal den Kamin anzuzünden, dich auf das Sofa zu legen oder auf die Couch und einfach zu entspannen. Und genau das macht Fireplace. Es fängt an mit den Kaminknistern und dann kommt ganz langsam ein Wind von der Ferne. Du hörst von Kilometern Entfernung in Ambisonics, also in einer echten Aufnahme von Kilometern am Himmel oben entfernt, ein Donner, dann da oben ein Donner und dann merkst du, okay, ein Sturm zieht auf. Und du merkst, wie der Sturm immer näher kommt und wie er immer lauter wird und dann fängt es langsam zu regnen an. Du hörst am Fenster die Regentropfen und dann wird es immer intensiver und dann kommt der Sturm, dann kommt der Donner, dann kommen die Blitze und so weiter. Und irgendwann erreicht es seinen Höhepunkt und flacht wieder ab, wird dann immer leiser, der Sturm entfernt sich immer mehr und du hörst dann nur noch das Kamin knistern und ein bisschen den Wind, der dann auch verschwindet. Die Frequenz dauert eine halbe Stunde, hat acht Herz im Hintergrund, das heißt, es ist perfekt zum Einschlafen, zum Erden, zum Meditieren. Und das Tolle an dieser Frequenz ist, es ist dieses Abenteuer, welches in der ersten Phase durch diesen Regen, durch den Sturm gleichzeitig eine Entspannung, also den System in eine Entspannung bringt und auf der anderen Seite eine Art Dissoziation macht. Da hast du es von überall, verschiedene Donner und Regen und so weiter und dadurch kommst du in eine Entspannung und den Verstand hört auf zu denken, weil er sich fragt, von wo kommt wann das Nächste. Und dadurch kommt man in diese tiefe Entspannung hinein und erlebt sozusagen die acht Herz. Und wenn du jemand bist, der auf Kamin knistern steht, der auf Regen steht, dann wirst du mit dieser Frequenz wahrlich ein Abenteuer erleben, welches dich sehr, sehr entspannen wird. Du kannst die Frequenzen auf unserer Webseite www.braemf3d.com in höheren Formaten und höherer Qualität hochladen oder du nutzt unsere App, wo du sozusagen von allen Frequenzen von unserem Shop herunterladen kannst und nutzen kannst. In dem Sinne viel Freude damit und bis zum nächsten Video.